Ich werde dich wieder beleben. Oh, Nummer 1. So, jetzt hat er nochmal mehr Schaden, wie es so aussieht. Kampfbereich rigoros verkleinert. Komm, meine Spinne kann ich hier nach halbwegs gebrauchen. Das, diese Wurzeln bringt es wahrscheinlich absolut nicht gegen ihn. Ach nee, es ist nur Frostbrand. Ich werde dich wieder beleben. Schön regenerieren. Oh, das habe ich nicht gesehen, dass da Schaden ankam. Und ja, ich weiß, ich bin die ganze Zeit nur am Boden, am Schaden. Ich glaube, den kriegen wir. Denn es ist ja sehr nützlich, dass wir viele Baldis haben oder Fernkämpfer im Allgemeinen. Okay, Rox ist tot. Das ist mir aber auch ziemlich egal. Ja, sehr gut. Ich stelle mir jetzt vor, hätten wir den Berserker als erstes getötet. Wäre dann auch dieser ganze Bereich nochmal verkleinert worden? Boah, hätte ich das Kotzen bekommen. Oh, das ist einer von uns tot. Rox, wo denn? Da. Cool. Rezept, Schlüssel mit stoffiertem Knublauch. Rostiges Höschen. Ja, Sprengstoff. Ihr solltet diesen Laden hochjagen. Und was tut ihr? Ich werde da hinten an der Tür warten. Sprengstoff und ich, wir vertragen uns nicht so besonders. Hm. Sprengstoff nehmen wir mit. Sprengstoff ist dran, gut. Da auch. Diese Tür ist versperrt. Euer Glück, dass ich bei euch bin und früher schon jede Menge Schauflerschlösser geknackt habe. Prima. Der Rest von euch, wenn ihr keine Sprengladung legt, wartet bei Rox. Die anderen helfen mir, die Ladung zu verteilen. Toll. Schon wieder Sprengstoff. Was? Geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Alles raus. Ich mache den Weg frei. Kommt. Vertraut mir. Wir wollen nicht hier sein, wenn das Ding losgeht. Ah, ja. Ich sehe. Ihr stürzt gleich alles ein. Wir müssen also fliehen. Ah. Und etwas Feuer ist mir, glaube ich, gerade egal. Ihr schafft das. Kommt schon. 30 Sekunden. Betreußer, bitte kurz. Zehn Sekunden. Eins. Die meisten haben überlebt. Diesmal, ja. Die wachsamen glauben, dass die Armee noch mehr solche Versuchsgelände hat. Das ist ein Problem für ein andermal. Erst muss ich diese Gefangenen sicher nach Holbrack bringen. Gut. Ich überführe meine zur Zitadelle. Muss mich sowieso zurückmelden. Hey. Versprecht ihr mir was? Wenn ihr noch so ein Drecksloch findet, sagt mir Bescheid. Klar. Und ihr mir, ja? Wir waren ein gutes Team. Ja, das habt ihr beide ganz alleine gemacht. Hurray. Ich habe auch gute Erfahrungen. Jo. Was können wir hiermit machen? Verlassen. Gut. 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 Aber das war doch eine nette Runde hier. Gut. 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 Und hier sind wir anscheinend rausgekommen. Ah ja. Ach, da wird schon wieder gekämpft. So, Reparaturen. Fliegt mich zusammen, danke sehr. Herr Regie, ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mir dabei geholfen habt, die Feurierallianz zu bekämpfen und Schrottstätten meiner Heimat zu rächen. Ich bin auf dem Weg zu Knut Weißbär in Hülbrack. Ich schulde ihm nichts, aber ich halte es für richtig, ihn über die Geschehnisse in Kenntnis zu setzen. Außerdem lässt, wann das Atelier dort sein könnte. Rox lässt ebenfalls ihren Dank ausrechnen. Sie bringt gefangene Verbrecher der folgenden Allianz in die Palisaden der Schwarzen Zitadelle. Wir haben alle unsere eigenen Leben zu leben. Aber Rox meinte, dass unser Schicksal zusammengeführt hat. Sie ist davon überzeugt, dass dies das letzte Mal war, dass wir uns sehen. Ich hoffe, sie hat recht. Nicht das letzte Mal. Vielleicht sehen wir uns in Hülbrack wieder. Oh, und Rox hat vorgeschlagen, dass ihr jetzt zur Zitadelle reist, um ihr bei den Föhren zu helfen. Mögen Wolf euch den Weg weisen, meine Freundin. Anzeigen. Wo will er mich denn haben? Okay. Oder Rox bennen noch jetzt Zitadellen. Gut. Hülbrack waren wir schon lange nicht mehr. Aber Erkundungsarbeit Wäre viel mehr zu leisten. Ich bete zu den Geistern. Doch sie antworten selten. Warum? Wo läufst du? Ich will euch nicht helfen. Ich will nur euer Geld. So. So. Schlückchen flüssiges Karma. Naja. Tausend. Das brauchen wir nicht mehr. Zepter werden vielleicht verschachert. Puh. Jetzt könnte man nochmal einen Blick auf Tagesquests werfen. Sammlerin abgeschlossen. Events, Gruppen-Events bisher nicht. Entweder was in Krüter umbringen. Und unter Wasser. Krüter ist leider dieses Gebiet hier. Da haben wir eigentlich gerade im Moment... Da suchen wir nichts. Gruppen-Event. Das ist zu wahllos. Was haben wir denn? Königstal, Kessexöl, Kandarenfelder, Harati Hinterland. Putsch, Sturmküste, Südlichtbucht. Baumgrenzenfälle sind es nicht mehr. Das war jetzt... Was hätten wir hier? Funkenschwärme? Nee. Blutstromküste. Würde mit dazu gelten. Das ist wahrscheinlich keine... Nee. Kein Gruppen-Event. Nun, dann springen wir doch einmal. Nee, das wäre der Schaufler-Pass. Den will ich doch gar nicht haben. Was ist günstiger? Das ist tatsächlich günstiger. Aus irgendeinem Grund. Etwas in den Blutstromhöhlen. Und... Etwas in den Blutstromhöhlen. Dann orientieren wir uns mal hier... Hier nicht, sondern dadurch. Kantanische Schiff. Ich hätte es sehr gerne. Einmal kurz damit. Ich so auch sehe... Strömküste. Das ist doch wunderbar. Ja, wer braucht Hilfe? Sag was. Löwengardisten scheinen hier jetzt aber nicht großartig ausgerüstet zu sein. Naja. Ach, hier hinten ist das Tor. Sag das doch. Ich will doch nur... Boah. Wer konzipiert das hier? So. Ich will etwas verkaufen. Nämlich die Rezepte unter anderem. Wollen wir die Inschriften nicht wegkriegen können. Siegel des Humpelns. Es gibt Siegel, die können wir gebrauchen. Manche nicht. Des Eises. Warum nicht? Das ist okay. Untergöttlichkeit wird auch behalten. Verkrüppeln. Machen wir ständig. Brauchen wir also tatsächlich mal. Das ist etwas, was was wert ist. Mh, 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 mh. Niedrusterverkäufer. Ach, das verkaufen wir. Okay. Und dann noch... Und dann noch... Für Braustoff eine Stunde. Der endiert was Erfahrung. Kommt, der Kohl kommt weg. Bis ich den benutzen kann, ist er schlecht. Schreiben der Belobigung. Wenn ich das richtig sehe, können wir das nicht verkaufen. Ist schade. Vielleicht wird das aber in die Gildenbank gepackt, um richtig den Zeitpunkt zu kriegen. Okay. Warum bin ich hier? Ich will töten. Und nicht töten. Au. Und dann scheint mir wehtun. Ob man von der Ecke dahin kommt. Spector. Sieht nämlich hier doch ziemlich hüpfbar aus. Das geht. Na ja, unten könnte man aber auch rankommen. Sehr wahrscheinlich. Hier hingegen... Ich glaube nicht, dass es so geplant ist. Dass man sich da einen abhüpft. Ja, da hinten noch nicht. Hier... Scheint es einfach nur ekelhaft sumpfig zu werden. Oh. Au. Au. Mein Fehler. Gehen wir halt ganz normal hier runter. Bla. Eine rosa Moor, die bisher noch nicht gelötet wird. Fehlt einfach noch. Das war's für heute.